Die Villa Manin in Codreupo bei Udine wurde im 17. Jahrhundert im Stile einer Landvilla des venezianischen Adels errichtet. Sie gehörte der venezianischen Familie Manin. 1789 bis 1797 war sie Residenz von Ludovico Manin, des letzten Dogen von Venedig. Als Napoleon Bonaparte die Republik Venedig eroberte, musste Manin im August 1797 das Dogenamt niederlegen. Am 17. Oktober 1797 wurde in der Villa Manin der Frieden von Campo Formio zwischen Frankreich vertreten durch Napoleon Bonaparte und Kaiser Franz II. für Österreich geschlossen. Gebäude und Park Die Villa wurde vermutlich von Dominico Rossi erbaut, der von der Familie Manin mit dem Bau der Santa Maria Ass unter der Taige Suizi und mit dem Umbau des Domes in Udine beauftragt war. Im linken Anbau des Hauptgebäudes gibt es ein Restaurant, Il Doge, im rechten Anbau ein kleines Kutschen- und Waffenmuseum, sowie eine relativ große Schlosskapelle im Barockstil, die von Giuseppe Torretti und seinen Mitarbeitern Francesco Bonazza und Pietro Baratta geschmückt wurde. Davor verlaufen im Halbrund die ehemaligen Stallgebäude, nur unterbrochen von der ehemaligen Einfahrt. Diese Einfahrt, eine Brücke, ist geschmückt mit Figuren und darunter ein Teich. Der gesamte Komplex ist reich mit Skulpturen überwiegend von Giuseppe Torretti ausgestattet, wie auch bei anderen Bauwerken Rossis, die zu seinen besten Arbeiten gehören. Die großzügig angelegte Villa liegt am Rande eines weitläufigen Parks, in dem botanische Raritäten aus aller Welt zu sehen sind. Dem Zeitgeschmack entsprechend findet sich ein Teich und ein Hügel mit Figuren aus der griechischen Mythologie. Nutzung. Es finden international beachtete Kunstausstellungen statt. So unter anderem vor Jahren der eine Teil der großen Langobaden Ausstellung oder 1985 Miniatura in Friuli, auf der unter anderem der Egbert Psalter und der Elisabeth Psalter gezeigt wurden. Die Villa Manin ist auch sehr beliebt für Hochzeitsgesellschaften und Sportveranstaltungen wie Radrennen. In einem Seitentag befindet sich das Restaurierungs-, Katalogisierungs- und Ausstellungszentrum der Region Friaul-Jule-Schwenetin.